Mike Heiter und Le La Lajoie, TV-Sensation bei Temptation Island? Seitdem sich Le La Lajoie und Mike Heiter im Dschungelcamp kennenlernten, sind die beiden Turteltauben unzertrennlich. Könnten sich die beiden eine Teilnahme an dem TV-Format Temptation Island vorstellen? Le La Lajoie und Mike Heiter, testen sie ihre Treue im TV? Dass ihre Chemie passte, merkten die Zuschauer bereits Anfang des Jahres in Dschungelcamp, Le La Lajoie, 28, und Mike Heiter, 32. Flirt jeden vor den laufenden TV-Kameras, was das Zeug hielt. Ein paar würden die beiden erst nach den Dreharbeiten. Seither sind die beiden unzertrennlich. Für ihren Beruf als Reality-TV-Stars hält das deutsche Fernsehen allerdings nur wenig bereit. Zumindest wenn die beiden gemeinsam zu sehen sein wollen. Eine Möglichkeit wäre ihre Beziehung und ihre Treue auf Herz und Nieren zu prüfen, und zwar bei Temptation Island. Auf keinen Fall, deutliche Worte zu Temptation Island. Le La war jetzt zu Gast in dem YouTube-Koch-Format Kitchen Combat von Ex-Bachelor im Paradise-Kandidat Sikubanach, 33. Und musste sich dabei auch Fragen aus ihrer Community stellen. Unter anderem wollte ein Follower wissen, Ob sie sich mit Mike eine Teilnahme an dem TV-Format Temptation Island vorstellen könnte. Le La stellte klar. Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde, dass die Leute bewusst ihre Beziehung aufs Spiel setzen und das muss man ja nicht machen, wenn es gut läuft. Neue TV-Projekte sind unklar. Weiter sei die 28-Jährige der Meinung, egal, ob man das was macht oder nicht, danach ist es einfach angeknackst in meinen Augen. So schnell scheinen Fans und Follower das beliebete Paar also nicht beim ultimativen Treue-Test zu Gesicht zu bekommen. Alternativ würde die deutsche Reality-TV-Welt auch noch eine Teilnahme am Sommerhaus der Stars anbieten. Ob Mike und Le La das vielleicht in Erwägung ziehen? Vielleicht sieht man die beiden in Zukunft auch im Alleingang bei Promi Big Brother. Oder Kampf der Reality-Stars. Zumindest bei letzteren durfte Le La schon Luft schnuppern. Sie belegte Platz 13 und könnte ihrem Liebsten bei einer eventuellen Teilnahme mit Sicherheit einige Tipps an die Hand geben. Verwendete Quelle, YouTube und YouTube ihrt oder Wer fence bzw. ho breeds oder